Hallo ihr Lieben! Wir sind heute auf dem Weg zum Shinsengumi Matsuri. Das findet in der kleinen Stadt Hino statt, die im Westen von Tokio liegt. Und da das quasi bei uns um die Ecke ist, habe ich mir gedacht, das müssen wir mitnehmen. Das Wetter ist nicht so besonders. Ich hoffe, dass es nicht noch anfängt zu regnen. Aber wir werden sehen, wie es wird. Wir fahren jetzt aber nicht direkt nach Hino. Wir fahren erstmal zum Bahnhof Takahata Fudo, der unter anderem an der Tama Mono Rail mit der fahren will. Und ja, ich nehme euch heute einfach den ganzen Tag mal mit und ich hoffe ihr habt Spaß! Das Shinsengumi Matsuri findet jedes Jahr in der kleinen Stadt Hino im Westen von Tokio statt. Meist handelt es sich dabei um das Wochenende nach der Golden Week. Die Shinsengumi war eine militärische Schutzgruppe aus Samuraisen, die in der Edo-Zeit aktiv waren. Beim Festival kann man die verschiedenen Gruppen in ihren unterschiedlichen Kostümen und mit denen in der Zeit wechselnden Waffen sehen. Am Takahata Fudo Tempel findet am Vormittag eine kleine Parade statt und die Gruppen versammeln sich dort. Vor allem mit dem Tempel gibt es eine wunderbare Kulisse für schöne Fotos. Am Nachmittag geht es weiter nach Hino, wo die große Parade stattfindet, aber die werdet ihr gleich später sehen. Den Link zur offiziellen Seite des Festivals setze ich euch in die Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Video! Und jetzt viel Spaß beim Video! Musik 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 Das war's für heute. H.H.L.A. Schleswig-Holstein, in der Zwischenzeit! 新鮮�と同時代のご一航、いざ、スタート! Was ist das? Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. in einen Yukata zu schlüpfen. Man kann auch in Kimonos, in etwas teure Kimonos, bloß das kostet und da wir heute etwas sparsam sind, habe ich gesagt, ich nehme den kostenliniosen Yukata. Leider waren die Farben nicht so besonders. Ich trage heute zum ersten Mal blau. Ich bin eigentlich kein blauer Mensch, aber sie hatten sonst nur noch gelb und grün. Deshalb habe ich heute mal blau angezogen und wir haben jetzt ein wenig Zeit, um hier Fotos zu machen mit dem Yukata und es macht wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt ist man Taka heutzutage. mit dem Bus nach Hino. Das dauert etwa 20 Minuten, denn in Hino findet nahe gleich die große Parade statt. Ich war schon von der Kleinen begeistert. Ich bin also jetzt gespannt, wie es bei der Großen nachher wird und was in Hino los ist. Und da werden wir uns auch etwas zum Mittagessen suchen. Mal sehen, wie es fällt. Ich bin auch von der Kleinen begeistert. Ich bin auch von der Kleinen begeistert. Ich bin auch von der Kleinen begeistert. Wir haben uns ein wenig gestärkt mit Essen. Ich habe ein paar Käse, Formos gegessen und mein Mann einen Döner. Wir warten jetzt auf die Parade, die gleich anfängt. Wir haben sogar den Platz an der Straße gefunden. Ich hoffe, wir sehen von hier aus sehr gut. Dann sind wir jetzt mal gespannt, wie die Parade wird. Wir warten jetzt auf die Parade. Wir warten jetzt auf alle Anbmenschen. Wir warten jetzt auf alle Anbmenschen. Wir warten jetzt auf alle Anbmenschen. Das ist richtig geil. Die Farbe ist kanzig. Wenn ich meine kanzigelte, dann kann ich sie gut. Ich bin mir das gerne. Er ist wirklich cool. Keinmal für mich. Wir haben wir jetzt noch ein paar Tage. Lass uns die Kanzigelte! Lass uns die Kanzigelte! Lass uns nicht die Kanzigelte! Lass uns die Kanzigelte! Lass uns das! Los! A.A.W.A. A.A. Applaus mit 8-8-4 8-8-4 8-8-5 Hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Das ist Teil 1 der Parade. Wir warten jetzt auf Teil 2. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es regnet inzwischen etwas stärker. Ich hoffe, dass es nicht noch stärker wird, weil dann wird es unangenehm. Und ich hoffe, dass die Parade relativ schnell durchkommt, damit wir dann wieder los können. Weil der Regen ist noch nicht unangenehm. Ich bin wiederum ok. Wade? Ich bin wiederum ok! Jetzt werken wir die Parade! Ich bin wiederum ok, Vereinigung. Ich bin schon ein reachmener hier. Ich bin wiederum ok. Ich bin nicht gleich. Wir haben jetzt ein Stück vom zweiten Teil gesehen, aber irgendwie anscheinend haben sie jetzt abgebrochen. Ich verstehe es nicht so richtig. Wir sollen auf jeden Fall warten, aber es wird Regen zu tief. Wir haben das gesehen, was wir sehen wollten. Es kommt jetzt teilweise eh nur das, was wir am Morgen bisher gesehen haben. Deshalb machen wir uns jetzt langsam auf den Weg und gehen zurück zum Bahnhof. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über Däumchen und Kommentare freuen und natürlich über neue Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! ENDE 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 Musik Musik